geht schon wieder los sein geldbeutel ist genauso gefüllt wie meine ist doch sein geldbeutel oder auch immer so drauf ja gerade dass ich kennst ich kennst ja auch geil gemacht von quasi vom hauptmenü hier weg dass das so startet dass das schon so diese anfangsszene dazugehört finde ich echt krass gut und das spiel liebt dich mein lieber stabil wohin jetzt der ist sauber genug wahrscheinlich ich mach sie fertig aber das ist älter geworden ja jeden fall das sieht mir ganz so fresh aus so Die Müdere schlafen. 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 Das sieht schon gut aus. Die Müdere schlafen. Die Müdere schlafen. Die Müdere schlafen. Ja, ich wollte auch noch Hallo sagen, aber ich war schon relativ müde. Dann habe ich mir gedacht, ah ne. Ist dann auch blöd, wenn ich mir einstecke. Ey, du blöde... Ich sage mal. So. Wir müssen von ihr weg. Ich versuch's ja. Das fängt ja gleich schon mal gut an hier. Was hat sie? Komm weg! Die Bäume! Sie stürzen um! Ei, 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 ei! Ach! 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 Menschenskinder! Menschenskinder! Seid jetzt anhänglich! War nur eine Nacht. War alles geklärt. Keine Gefühle, haben wir gesagt. Nur... Was? Tod oder was? Nee. Das ist gleich so, das war... Schon im Tutorial gestorben, oder? Ich verliere den Hals! Vater! Ich hab dich! Hör dich fest! Das Schutzsymbol ist nah! Oh nein! Freya, wir sind nicht deine Freya! Hey! Aua! Nutsch! Schwing mich, mich dazu! Glauben sie, sie ist immer noch krank wegen ihrem Sohn! Pfeiber! Schneller! Schnell, schnell, schnell! Oh Gott! Wir sind durchs Symbol! Geschafft! Gehen wir nach Hause! Specki! Schwadner! Los! Schon labert er mich noch zu uns und er hat mich gerade... Achso, du meinst... Alter, wie das kommt! Ich hoffe immer, sie lässt uns in Ruhe! Du hast sie gerettet! Ich habe ihren Sohn getötet! Nach so etwas findet niemand Ruhe! Ja... Sag es ja, sie ist immer noch nachfragend wegen ihrem Sohn! Weil du ist tot, hat wohl tatsächlich Wimbulwinzer ausgelöst! Seit dem Tag schneit es ständig! Glaubst du, es wird je wieder besser? Irgendwann... Aber das Schlimmste steht uns noch davor! Wir müssen stark sein! Und das Schwert in seiner Brust steckt der Weg irgendwie nischt, ist klar! Das ist ein Mann! Mein Gott sogar, ne? Das ist doch kein Problem! Ich mach schon! Es wächst raus! Ihr Männer mit Bart kennen keinen Schmerz! So ist es halt einfach! Ja, das ist... Ich nehm den Hör! Oh, meine Krippe kann auch tödlich enden, ne? Das ist klar! Was ist schon so ein bisschen Geburt gegen meine Krippe? Ja, das ist da scheinbar! So, Feierabend! Es schneit! Es schneit! Er begrüßt uns immer! Es kommen alle aus dem Haus! Alles in Ordnung! Was ist das toll gemacht? Warte, äh... Die Grafik, ne? Deswegen, ich konnte... Ich hätte es niemals auf dem Philips noch machen können! Ich musste es hier, ne? Ich meine, ihr seht es ja nicht so wie ich, aber... Ich musste es auf dem 4K-Monitor spielen, ne? Da kriege ich süßchen, süßchen! Ist schon gut! Alles gut! Ich weiß! Hast mir auch gefehlt! Aus deinem Futter! Noch Hunger? Na komm schon! Du musst fressen! Friss! Was? Zu groß? Wie süß! Na! Au! Na bitte! Ganz brav! Ja! es ist bald soweit du musst dich bereit machen wofür er frisst noch er will leben er stirbt er ist ein guter junger wirklich tapfer stark aber jetzt ruh dich aus hörst du ich komme zurecht ganz jetzt loslassen du musst loslassen sopna sopna of frau besu sopna heitan sopna 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 wolfie sopna 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 wer loki ist ich erlaube dir nicht götter zum kampf zu fordern ich will mit niemandem kämpfen ich will nur antworten und wenn diese antworten zum krieg mit asgard führen vielleicht wollte mutter das wir wissen nicht was mutter wollte und das werden wir wohl nie aber sopna ich will das nicht sagen ich will den Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Also, dieses mürrische Gesicht würde ich überall erkennen. Darf ich fragen, was genau passiert ist? Der Wolf ist tot. Oh nein, nicht Fenrir. Wie kommt der Junge zurecht? Nicht gut. Er wird ihn begraben. Ah, verdammt! Na schön, Bruder. Gute Nacht. Also, das ist jetzt auch für mich absolut blind. Ich habe es noch nicht einmal angespielt oder bis zu einem gewissen Punkt. Das ist jetzt alles wirklich für mich das erste Mal, wo ich es sehe. Oh! weiskaltes sind auch was die nacht schon rum natürlich kamst du mit mir wer ist es vertraut keiner rothaarigen ados bleibt standhaft ist er bereit nix gegen die sprungmuggel alles cool du gehst als er sie mir persönlich auf deinen schultern das ist eine jagd ich folge dir was erlegt aber er musste nicht leiden deine frau soll ich deine kunze verstehen die fejahne sagt mir was du denkst wir ein jäger ein wolf ja jäger töten das ist der natürliche lauf der dinge deine worte sind fehlgeleitet nähere dich langsam ist schon gut kleiner wir wollen helfen nicht wahr nein nein nicht na los der kranke wolf von jenseits des symbols er hat einen weg hinein gefunden wie ich gesagt habe wir hätten handeln sollen es ging uns nichts an aber jetzt schon ein problem muss nicht erst an unsere tür klopfen bevor wir verantwortlich sind wenn wir die macht haben möglichen schaden einzudämmen sollten wir handeln statt uns zu verstecken und nichts zu tun wir verstecken uns nicht ja auch immer auf das rothaarige auf scheinen gibt es ein schönes rothaarige und es gibt halt auch das action rothaarige soll ich denn etwa aufheben mutterige mut sehr brav es sagt immer rustiges dach freust der keller Die Zeit läuft uns davon, Liebster. Und es gibt viel zu tun. Bruder! Bruder! Oh yeah. Ich mach mir ein Brot, okay? Mit was drauf? Salami! Sehr gut. Sehr gut, Salami fühle ich.